Hallo, ich bin Marissa Conradi. Die Autorin des Romans Adam kam nie mehr mit dem Abend. Das war Jocke. Danke an alle, die schon für uns abgestimmt haben. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, holt es doch bitte noch nach. Auf der Website www.epubli.de. Das geht ganz einfach. Klickt auf den Like-Button. Die Autorin des Romans Adam kam nie mehr mit dem Aufmerksamkeit. Vielen Dank.